Also, mir hilft es da, dass ich manchmal mir vorstelle, vor mir steht eine süße Katze. Ich persönlich stecke mich hier so direkt rein. Ja, dann hört man die Spatzen. Ist vielleicht nicht so angenehm für eine süße Katze. Sondern ich, ja, bin hier ungefähr, würde ich mal sagen, 10 bis 15 Zentimeter hier von der Katze weg, leicht rüber. Und dann stecke ich hier nicht rein. Naja, man versucht möglichst freundlich immer zu steigeln. Also, mir hilft es da, dass ich manchmal beginne. Also, mir hilft es da, dass ich mir einfach mal hier vorstelle, vor mir steht eine süße Katze. Und ich persönlich, wir gehen hier so direkt rein. Ja, dann hört man die Spatzen. Ist vielleicht nicht so angenehm für eine süße Katze. Sondern ich, wie auch ich bin, finde ich jetzt mal sagen, 10 bis 15 Zentimeter hier von der Katze weg, leicht rüber. Und dann geht hier rein. Naja, dann versucht ich mich vor dem Klima zu steigeln. Also, mir ist es da, dass ich manchmal schon gegen die Süße... Oha, das ist ein Sattel! 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 Sie verstehen sich als Eingereite. Als Teil einer weltweiten Geredung. Sie meditieren. Sie suchen das Licht. Ich рассch baut einen Sattel! Oh, 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 oh... Also, mir ist es da, dass ich manchmal mir vorstelle, vor mir steht eine süße Katze. Ich persönlich beginne mich hier so ehrein, der andere ist hier der Schwarzen, die ist vielleicht nicht zusammen mit der süße Katze, sondern ich glaube, in der Welt bin ich. Ich bin 15 cm hier von der Katze, ich bin gleich drüber und dann schwitze ich lang. Naja, dann versuchen wir dieses Freund sich immer zu spüren. Also, mir ist es da, dass ich manchmal spüren.